Für die Leipzigerinnen und Leipziger selbst ist dieses Orchester ein großes Stück Identität. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Dankbarkeit ist vielleicht ein Wort für das, was wir dafür heute empfinden. Natürlich Freude, Stolz und die schönsten Hoffnungen auf eine neue künstlerische Ära, auf eine neue Zeitrechnung, die mit dem Neuen, dem 21. Gewandt aus Kapellmeister Andrés Nelsans beginnt. Wir sind stolz auf diese wunderbaren Jahrzehnte großer Musikgeschichte. Und ich wünsche uns und allen weiter herausragende Momente, Stunden des über den Menschen hinausgehenden, was Musik immer wieder verkörpert. Remember, ich wünsche Ihnen das, was mir über die Zeitrechnung, was mich wünsche dir, was ich wünsche, dass Sie die Zeitrechnung, wie ich wünsche, das Ganze in Wahrheit und ich wünsche Ihnen das, was ich wünsche Ihnen irgendwie, das Ganze in Wahrnehmung, sehr viele Jahre her. Vielen Dank.